Da sind wir wieder, liebe Traderinnen und Trader, willkommen zurück im Bullenmarkt bei den großen Indizes. Die FED hat gestern mal einen Baukenschlag wieder rausgeprügelt. Es wird weiter neues Geld geben. Jetzt werden auch Unternehmensanleihen gekauft. Das hat die Märkte dann ordentlich beflügelt. Wir hatten ja bei der letzten FED-Pressekonferenz eher eine deutlich negative Reaktion auf die Worte von Paul gesehen. Jetzt hat es die Notenbank wieder gerichtet. Neues Geld, frisches Geld Unternehmen wird geholfen. Das läuft für die Bullen an diesen Märkten. Was dazu kam aus den USA, auch noch das Bekenntnis, dass es ein neues Konjunkturprogramm oder dass an einem neuen Konjunkturprogramm in den USA gearbeitet wird. All das stützt die Märkte. Deswegen heute auch der Blick auf den Dow. Wir schauen auch auf den Goldmarkt. Der Goldmarkt ist ja in den letzten Wochen immer mal stark gleichgelaufen mit den Indizes. Jetzt nicht von der Performance, sondern von der Richtung her. Deswegen wird es Zeit, dass wir den Goldpreis mal unter die Lupe nehmen. Und bei den Währungen schauen wir. Nein, Währungen haben wir heute gar nicht auf der Uhr. Ich sehe es gerade. Das war noch von gestern. Wir haben den Brand auf der Uhr. So rum. Jetzt aber. Wir schauen aufs Öl, weil Öl ist natürlich auch immer sehr, sehr interessant. Heute der Blick auf das Brand. Da hatten wir gestern auch eine kleine Frage noch am Rande dazu. Da konnte ich im Streaming nicht drauf eingehen. Aber Brand hat uns den Gefallen getan und wartet hier mit einer möglichen Umkehrsituation auf. Deswegen schauen wir da heute direkt auch mit rein. Und natürlich wie immer etwas Zeit für Fragen. Ich muss mir gleich mal noch die Fragen hier auf GoToWebinar mit anmachen. Facebook blendet mir das ja immer gleich alleine ein. Danke auch für die guten Morgengrüße an dieser Stelle. Im Übrigen, da freue ich mich mal sehr, sehr drüber. So, dann lasst uns anfangen. Wir starten mit dem Risikohinweis. Es ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Gesagt, getan. Wir schauen auf die Tagesnachrichten. Wichtigerweise haben wir schon ein paar Informationen von der Bank of Japan bekommen. Da gab es den Zinsentscheid. Da gab es keine Änderung. Der Zins bleibt hier bei minus 0,1 Prozent. Wichtig wird, was die Bank of Japan sagt. Da ist gleich Pressekonferenz. Ich denke mal, da wird es einiges an Bewegung möglicherweise im japanischen Yen geben. Das sehen wir jetzt natürlich noch nicht, weil die Pressekonferenz erst. Ich glaube, 9 Uhr fängt die an. Das heißt, an dieser Stelle hier, als ich die Grafik vorbereitet habe, waren es noch sechs Minuten Zeit. Also 9 Uhr sollte es dort auch losgehen. Was gibt es heute noch? 11 Uhr bekommen wir von der ZEW die Einschätzung der aktuellen Lage hier in Deutschland und natürlich auch die Konjunkturerwartungen. Das wäre schön, wenn wir dort steigende, sage ich mal, Zahlen sehen. Gerade bei den Erwartungen. Wir sehen es ja hier, das letzte Ergebnis waren 51. Heute sind dann die Prognosen auf 60 gestellt. Also man sieht dort auch wieder einen Zuwachs, den die Analysten auch entwickeln. Das ist also gut. Lohnentwicklung kriegen wir hier aus der EU. Gut, ich denke mal, da wird nicht so viel Druck auf dem Kessel sein. Das hat auch so ein bisschen immer was mit der Inflation zu tun. ZEW-Konjunkturerwartungen für den Juni bekommen wir dann auch um 11 Uhr für die Eurozone. Am Nachmittag dann in den USA. Da gibt es ein paar News zum Thema Einzelhandels umsetzen. Das Ganze um 14.30 Uhr, 16 Uhr spricht der FED-Vorsitzende Paul und am Abend dann um 22.30 Uhr bekommen wir einen Blick in die API Rohöl-Lagerbestände. Da wissen wir, das ist oft so schon eine kleine Tendenz für die Daten, die wir dann morgen vom Rohölmarkt bekommen. Das die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Blick in die Charts. Und bevor wir hier mit unseren Handelsideen anfangen, möchte ich doch noch mal einen kleinen Blick in die Währung tun. Warum? Ich hatte ja letzte Woche Freitag gesagt, möglicherweise sehen wir den Euro bald deutlich höher. Ich hatte da ja eine kleine Grafik auch von Nautilus Research gezeigt, die möglicherweise hier ein Spiel in diese Richtung auch bringt. Und da hatte ich ja auch gesagt, was oder auf was man hier achten kann, gerade auch das Thema der Zinsdifferenz zu den USA, die ja deutlich kleiner geworden ist. Und etwas, was bei diesem Bereich starker Euro, schwacher Euro, beziehungsweise in Korrelation auch immer zum US-Dollar, was da wichtig ist, ist auch mal der Vergleich entsprechend der Bilanzen. Und die Bilanz der USA durch diese ganzen Maßnahmen, die jetzt gerade heute auch wieder über die Ticker gelaufen sind, wächst die ja immer und immer und immer mehr. Und eine deutlich stärker wachsende Bilanz seitens der USA bringt halt das ganze Spiel oder das ganze, sag ich mal, Wagenspiel dahingehend, dass der Euro halt steigt. Wir sehen es, die ersten Reaktionen, ich mache den Euro-Chart mal ganz kurz auf hier. Die ersten Reaktionen darauf, die sind ganz klar, wir sehen es hier an dieser Stelle, Euro bullisch. Ganz klar, der Markt geht mit solchen Nachrichten durch die Decke, der geht steil nach oben hier, das sehen wir und dadurch, das passt natürlich irgendwo alles ins Bild, wo man dann einfach auch sieht, okay, welche Fundamentaldaten kommen rüber und welche Daten oder beziehungsweise was spielt der Markt daraus. Und hier sehen wir ganz klar, der Euro ist momentan gesucht, was jetzt halt hier im Euro wichtig ist, wie es weitergeht. Wir haben hier oben das Zwischenhoch, etwas über 1,14, 1,5. Da müssen wir sozusagen drüber, um den großen Trend nach oben hin, also das, was hier jetzt dick sozusagen markiert ist, weiter fortzuschieben. Wir haben es ja gesehen hier, der kleine Zwischentrend ist rausgenommen worden, also der letzte Bewegungstrend, da sind wir ganz kurz drunter gelupft, aber nicht mal mit einem Schlusskurs drunter, sondern wirklich nur drunter gespiked und haben dann wieder den Weg nach oben gefunden. Wir sehen es, gestern, der Montag, kurz nach unten, dann gleich wieder Käufer rein. Und das ist schon ein sehr, sehr bullisches Zeichen für den Euro. Ich behalte das Ganze weiter im Auge. Mal schauen, was sich hier sozusagen erwartet. Vielleicht kriegen wir hier im heutigen Tagesverlauf oder beziehungsweise dann für morgen auch ein schönes Einstiegssetup für die Longseite gespielt. Mal gucken, was der Markt hier macht. Aber die Seite sieht schon sehr, sehr nach weiter steigenden Kursen auf. Und wenn wir mal einfach in den größeren Chartverlauf hier reinschauen, das Ganze, wenn diese hässliche Phase hier tatsächlich rausgenommen wird, nach oben hin und wir hier ein neues Zwischenhoch machen, dann ist Attacke oben auf die knapp 1.15. Und wenn wir das überschritten haben, dann haben wir die Wackelphase hinter uns gebracht und dann können wir weiter nach oben trenden hier. Und dann haben wir dann die Anlaufpunkte oben bei 1.15.6 beziehungsweise hier oben bei knapp 1.18. Also da ist viel Luft nach oben. Wie schon gesagt, ich halte hier die Zuschauer auch auf den Laufenden in diesem Punkt. Gut, würde ich sagen, dass bei der Währung Euro, US-Dollar und damit starten wir durch hier bei den Indizes beziehungsweise ich gehe zuerst mal auf den Goldpreis. Ein Gold. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier auf Tagesbasis, wir sehen es, der Markt kommt nicht so richtig aus dem Knick. Das heißt, wir sind weiterhin verortet hier in diesem großen aufwärtsgerichteten Bild. Wir haben auch weiterhin, ja, muss ich sagen, steigende, steigende Hochs, nicht wirklich fallende Tiefs im größeren Bild. Was wir allerdings im kleineren Bild sehen, ist, das sehen wir hier im Tageschart auch schon relativ gut. Schaut mal hier, tief, 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 tief. Wir haben fallende Tiefs unten ran und wir haben oben auch fallende Hochs. Das ist eher so ein bisschen ein Zeichen, dass der Markt nach unten und nicht nach oben will. Aber wir wissen ja, wir können hier nicht davon ausgehen, dass wir fallende Goldpreise haben. Wenn die Wirtschaft sich Stück für Stück langsam erholt, haben wir auch gute Wahrscheinlichkeiten für einen steigenden Goldpreis. Und das ist interessant, wenn wir uns das Ganze jetzt mal in den kleineren Zeiteinheiten anschauen. Dann gucken wir uns den Trendverlauf mal kurz im 4-Stunden-Chart an. Da sehen wir nämlich das, was ich gerade auf der Tagesbasis gezeigt habe. Hier auch trendförmig im Verlauf nach unten angezeigt. Fallende Hoch, fallende Tiefs. Das ist wirklich interessant. Gestern dann mit den erneut steigenden Aktienmärkten einen sehr, sehr bullischen Markt hier im Gold. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wo wir verortet sind. Ist das jetzt natürlich eine schöne Korrektur, wo wir sehen, hier kam das Umkehrsignal und das wird mittlerweile auch bestätigt. Das heißt, wenn wir hier jetzt tatsächlich kurzfristig erstmal wieder die Unterseite suchen, da kommt es darauf an. Verkauft der Markt tatsächlich jetzt die 1722 ab? Oder fängt er sich? Sollte er sich fangen an sich, dann haben wir gute Chancen hier über das Zwischenhoch drüber zu laufen. Ich hänge mal eine Linie dran. Hier oben also über dieses Hoch, was wir hier drüben haben. Ganz grob die Marke 1732 Zähler, 1733 Dollar pro Feinunze. Ja und dann könnte es schon weiter nach oben gehen. Hier an die Zwischenhochs dran. Über den Daumen 1735. Und das haben wir dort 1743. Und dann haben wir schon wieder hier oben den Test bei 1745. Das wäre jetzt mal der gestaffelte Weg zur Oberseite. Sollten wir hier nicht durchfallen. Kommt es allerdings zur Fortsetzung von diesem Abwärtstrend, den wir hier drunter haben. Ich mache mal kurz den Lower Time Frame rein. Da sehen wir es. Schaut, das ist der Abwärtstrend. Der ist voll und ganz am Laufen. Das Umkehrsignal ist hier gekommen. Diese Kerze war das Umkehrsignal. Und damit sind wir hier natürlich unten rausgebrochen. Ich ziehe mal hier kurz eine Linie drunter. Und wir schauen uns das Ganze eben mal im 15 Minuten Chart an. Da sehen wir es. Schaut es euch an. Wir sind drunter gelaufen. Das ist die Linie. Die passt hier technisch nicht ganz. Aber es ist ja klar ersichtlich. Wir trennten in der kleinen Zeiteinheit schon wieder nach unten. Und das wäre das bestätigte Umkehrsignal. Der Trend ist rausgenommen. Wir sind hier unter die wichtige Marke gelaufen, was die Unterstützung gewesen ist. Und wie gesagt, wenn das Kleine hier weiter abverkauft wird, dann nimmt der Markt den alten Kaufbereich bei 1722 raus. Und dann müssen wir uns ganz klar auf der Unterseite orientieren. Und Unterseite orientieren heißt ganz klar, wir sind wieder auf dem Weg runter Richtung 1704. Und wenn das Level weggenommen wird, dann setzt sich dieser Trend nach unten hin auch fort. Und dann haben wir noch deutlich tiefere Anlaufbereiche hier mit Blick in den 4-Stunden-Chart. Also sollte der Markt tatsächlich das Ganze spielen, stehen also als erstes Mal die Werte. Unten 1704 auf der Uhr. Da kann man dann im kleineren Bereich, wenn man in 15-Minuten-Chart auch mal schaut, sich die Anlaufpunkte ansuchen. Da muss ich hier mal ein bisschen näher zusammen zoomen. Das heißt, wo sind gute Level? Und da sehen wir hier unten auf dem Weg nach unten hin nach der 1704. Den nächsten Anlaufbereich haben wir hier unten am Swinglow um die 1692. Hier unten gibt es dann auch in den 15 Minuten gut ersichtlich hier das nächste Swinglevel, die 1686 US-Dollar für die Finals. Also da gibt es eine Menge, eine Menge Anlaufpunkte planbarer Art und Weise, die man auf der Unterseite finden kann. Auf dem Weg hier unten rein in die alten Tiefs im Trend bei 1671. Also wir haben sowohl nach oben als auch nach unten das Potenzial. Und auch hier mal wieder einen sehr, sehr schönen Drehpunkt, wo der Markt relativ zeitnah eine Entscheidung treffen kann. Und zwar ist hier das Entscheidungslevel ganz klar die 1722. Fallen wir dort drunter, dann kommt es zum Scheidepunkt 1704, bricht der Markt dadurch, dann Trendfortsetzung des Abwärtstrends. Prallen wir allerdings vorher ab, das wäre dann eher ein bullisches Zeichen, weil wir dann die Chance haben, hier untergeordneten Aufwärtstrend zu bilden, der dann nach oben läuft. Also hier an dieser Stelle sehr, sehr interessantes Level, wo sich das Hinschauen definitiv lohnt. So, und damit gehen wir dann entsprechend auch zu den Indizes rüber. Das heißt, wir starten mal beim DAO, gehen dann zum, wie soll ich sagen, zum Brand. Und dann, wenn wir die Zeit haben, schauen wir uns das Ganze mal noch im DAX mit an. Also vom Gold zum DAO, zum Brand, zum DAX. Dann suche ich jetzt gleich mal den DAO hier raus. Da haben wir das Kürzel US30 und hier sehen wir, welche Party die Bullen gestern hier in Gang gesetzt haben. Ich mache mal kurz noch den Tageschart auf an dieser Stelle, damit wir mal sehen, was hier passiert ist und damit wir auch mal sehen, wie wichtig die guten Marken in der Charttechnik sind und wie gut die funktionieren. Schaut es euch mal an, was hier passiert ist. Wir hatten hier, Moment, jetzt sehen wir nichts. Wir hatten hier diese 24.700 Punkte Marke. Das ist ein Level, das hatte ich hier drüben schon mal eine kleine Beachtung, aber die wichtigeren Beachtungen sind hier. Schaut mal, da sind wir drüber gelaufen und dann wurde abverkauft und hier wurde dann wirklich die Kaufzone gebildet. Kurz unter dem Level nochmal ein schönes Verharren. Die unruhigen Hände sind aus dem Markt rausgegangen. Das sind immer schöne Zeichen. Und dann hat es geknallt. Dann ist der Markt nach oben gelaufen. Und genau dieses Level hat der Markt gestern punktgenau angelaufen und ist dort direkt nach oben mit reingelaufen. Das heißt, hier an dieser Stelle ist der Markt deutlich nach oben hoch gestartet und läuft jetzt fein nach oben rein. Und wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen, dann sehen wir auch die Potenziale. Und das ist jetzt, das was jetzt hier passiert, das ist etwas, das gefällt mir wirklich extrem gut, was ich hier sehe, weil wir haben ja hier gestern durch diesen starken Schub nach oben, wir sehen es halt hier. Der Schub nach unten, das ist das, was auf Tagesbasis passiert ist. Das war einfach nur martialischer Abverkauf. Punkt. Aus die Maus. In der Stunde sehen wir aber schön den Abwärtstrend nach unten laufen. Und dieses Level hier um die 25.970 Punkte in etwa, das ist das Level, als wir dieses große Zwischenhoch rausgenommen haben. Und das wird jetzt sozusagen aus dieser Fahnenstange raus möglicherweise wieder angelaufen. Und da wird es megamäßig spannend, ob wir direkt hier wieder Käufer finden oder ob wir erstmal ein bisschen tiefer rein korrigieren. Das ist wirklich hochinteressant, weil wir haben zwar hier im Kleinen, ich mache es mal ganz kurz rein, schaut mal, im Kleinen haben wir hier einen Aufwärtstrend und der ist extrem weit in seine Bewegung gelaufen. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, wo die Korrektur dreht. Wenn sie dann dreht, dann haben wir gutes Potenzial zur Oberseite. Und wenn sie hier schon drehen sollte, dann wäre das eine sehr, sehr flache Korrektur bezogen auf den sehr, sehr langen Move, den wir hier gemacht haben. Und das wäre wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen. Das heißt, worauf es hier jetzt ankommt, ist, was passiert hier oben drüber? Diese Marke knapp 26.360 Zähler, da müssen wir drüber. Dann haben wir schön die Fortsetzung dieses Moves hier nach oben hin. Und dann haben wir im Kleinen Bereich natürlich Anlaufpunkte. Hier, wenn wir uns mal an den kleinen Swing-Highs orientieren, das sehen wir auch, wie schön dieses Trend-Tool hier, das MT-ON-Live-Signal, das Ganze auch anzeichen. Das kann man sehr, sehr schön nutzen, um die Trends auch zu erkennen und die wichtigen Punkte in den Trends rauszusuchen. Und die Anlaufpunkte sehen wir ganz klar hier. 26.515 haben wir hier liegen. Hier haben wir die 26.889. Und was wir hier noch sehen, ist dieser große oder dieses größere Abverkaufslevel hier oben, als der Markt tatsächlich rumgedreht hat, aus der Aufwärtsbewegung in die Korrektur reingegangen ist, das ist der Bereich von 27.100. Also wir sehen, da ist viel, viel Luft zur Oberseite hin, wenn der Markt direkt wieder rumdreht. Wenn es tiefer in die Korrektur geht und wir tatsächlich hier dieses Kauflevel aus dem Markt rausnehmen, wenn wir da mal schauen, wo Punkte auf der Unterseite sind, da nehme ich jetzt nicht alle die kleinsten hier mit rein, sondern einfach mal die, die wichtig sind, dann hätten wir hier ein Kauflevel, als wir dieses Level hier rausgenommen haben, bei 25.660. Das wäre mal ein Bereich, den man angehen könnte. Und dann hier unten ganz klar der Trendentstehungsbereich bei 25.140 Punkten hier im Dow. Das ist der Weg nach oben bzw. nach unten. Das können wir gut sehen. Und für diejenigen, die es kürzer traden wollen, die schauen sich das Ganze einfach mal im 5-Minuten-Chart an. Und im 5-Minuten-Chart sehen wir natürlich hier für die korrektive Phase auch weitere Anlaufpunkte. Die lege ich jetzt mal nicht alle rein, sonst wird der Chart so unübersichtlich. Aber ich mache es mal mit dem Fahnenkreuz. Das heißt, wenn wir tatsächlich diesen Kaufbereich hier entsprechend rausnehmen und uns mal orientieren, wo gute Punkte sind. Schaut mal hier. Da ist ein Swinglow im Bereich der 25.500-Punkte-Marke. Hier haben wir ein Swinglow im Bereich der 25.230-Punkte. Dann haben wir hier noch den Gap-Bereich. Das ist auch ein wichtiger Faktor hier in diesem Bereich. Also wir sehen es, da sind einige Anlaufpunkte, die man sich durchaus für das kurzfristige Trading auf die Uhr legen kann, wo kurzfristige Drehpunkte sind. Und wie schon gesagt, spannend wird es wirklich zu sehen, was hier passiert. Hier schaut mal an dieser Stelle sehen wir auch, dass der Markt hier diese 25.970, er hat die nicht einfach so übersprungen und ist durchgelaufen, sondern im Kleinen sieht man es. Er hat oben drüber erstmal noch ein bisschen verweilt und hat dann den nächsten Move nach oben gemacht. Und deswegen ist es interessant zu sehen, passiert das jetzt hier wieder. Also ein Test, ein Verweilen und dann nach oben oder gleich runter. Also das Verhalten der Marktteilnehmer hier zu sehen, ist wirklich sehr, sehr spannend an dieser Stelle. Hier mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten für den DAU. Und damit schalte ich rüber zum Ölmarkt. Da haben wir hier den Brand, der ist schön bullisch unterwegs. Wenn wir uns mal anschauen, wo wir unten gewesen sind, was für ein Drama das gewesen ist. Hier im Tiefstand unter der Marke von 16 US-Dollar pro Barrel im Brand. Und seitdem trendet der Markt hier schön nach oben. Und was wir sehen, schaut mal, ich habe das hier mal markiert an dieser Stelle mit dem X. Hier, wir sind verortet in einem Aufwärtstrend. Das, was wir hier sehen, ist der Korrekturtrend. Und hier diese markierte Kerze, das ist die Kerze vom Freitag. Da gab es das erste Indiz, dass der Markt höher will. Gestern gab es ein Follow-Through mit einem höheren Hoch und jetzt bestätigt der Markt macht das Ganze auch. Das heißt, wenn wir hier weiter drüber fliegen, hier, wir sehen es, die 39,18. Das sehen wir, wenn wir jetzt hier mal an den Stundenchart reinschauen. Das ist ein wirklich, wirklich interessantes Level, weil hier, das ist das Trendfortsetzungslevel gewesen. Da kämpft der Markt so ein bisschen drum. Und wenn der Markt den Kampf gewinnt, dann haben wir das Potenzial zur Oberseite. Hier erst mal wieder Richtung 42,65 hoch. Das ist hochinteressant. Das große Zwischenhoch bei 41,32 wäre dann mal ein großer planbarer Anlaufpunkt für diejenigen, die es kleiner traden wollen. Mit Überschreiten von diesem Zwischenhoch hier oben an dieser Stelle. Also wenn der Markt hier drüber, hier, hier oben drüber geht, dann haben wir als nächstes hier, wenn wir uns mal darauf anziehen, hier das nächste Level, die 40,12. Da ist Potenzial zur Oberseite da, dass die Bullen durchaus durchlaufen können. Prallen wir allerdings ab, wird dieser Bereich hier nicht so einfach überwunden um die 39,45. Und der Markt geht nach unten hin. Wir schauen mal kurz auf Tagesbasis rein. Da sieht man, der Support hier unten um die 35,80 ist auf alle Fälle ein Haltebereich. Im kleineren Bereich muss man dann auch wirklich sagen, ja, wenn der Abverkauf kommt, schaut mal hier, das ist ein Unterstützungslevel. Das ist hier ungefähr die Marke um den Bereich von 38,80,39. Dieser Bereich sollte wirklich halten. Wenn es da drunter geht, hier haben wir es Zwischenloch bei 38,48 liegen. Das wäre mal der erste Anlaufbereich. Ja, und danach haben wir hier die Swinglos liegen. Um die 37, beziehungsweise hier unten alles sehr, sehr eng aneinander. Das ist schon sehr, sehr nah am Tief, also nah des Supportbereiches. Hier um die 36,76, 36,60. Und hier das unten, das Tief bei 36, knapp 45. Dieser Marker, die sehen wir auch schön in den kleinen Zeiteinheiten. Also auch hier ein Bereich entweder, also Hop oder Top, entweder Trendfortsetzung, Schub nach oben, also Umkehr. Und die Bewegung startet wieder Richtung hoch hier bei 42,55. Oder wir prallen jetzt hier ab und schwingen hier zwischen dem Low, also hier, wenn wir das auf Tagesbasis uns mal anschauen wollen, zwischen dem Tief, was wir hier unten gehabt haben, also der Unterstützung auch knapp, um die 35,80 und hier oben der 39,45 hin und her. Das wird wirklich hochinteressant. Auch mit dem Hintergrund der Zahlen vom Ölmarkt, da kann man so ein bisschen sehen, was der Markt hier spielt. Und gerade kurzfristig orientierte Trader könnte das tatsächlich ein interessantes Tradingumfeld bieten. Mit Blick in Brand, den Tag und die untergeordneten Zeiteinheiten. Und damit schalte ich nochmal rüber in den DAX, der Deutsche Light Index. Da ist natürlich auch viel, viel Interesse dabei. Und wir hatten den DAX ja beleuchtet. Und ich hatte auch gesagt, wir sind jetzt hier im Stundenchart innerhalb des korrektiven Abwärtstrends unterwegs gewesen. Hier nochmal schön die Flagge, das neue Zwischentief. Und jetzt haben wir es gestern auch gesehen. Das Bild schaut hier tatsächlich ähnlich aus wie im DAO. Wir haben den starken Schub nach unten gehabt und dann diesen massiven Move nach oben. Und auch hier ist es jetzt tatsächlich so weit, ich ziehe mal das hier rüber, dieser Bereich hier um die 12.100, ich sage mal ganz grob 70 bis 75 Punkte Marke, der ist jetzt sehr, sehr interessant, weil wir an dieser Stelle natürlich das letzte Kauflevel haben. Und wenn dieses Kauflevel gleich direkt als Support dient, dann sehen wir, dass der Markt wirklich saustark ist. Und diese starke Marktverhalten oder diese starke Marktverfassung, die kann uns dann relativ schnell dazu führen, dass wir hier das Zwischenhoch oben rausnehmen. Das Zwischenhoch haben wir hier liegen, um die Marke von, hier oben haben wir es drin liegen, ungefähr, naja, wo haben wir es drin liegen, 12.300 um die, na, 30 Punkte. Da drüber wenn wir da direkt auch drüber gehen, dann ist der Weg offen. Hier, das ist der alte Verkaufsbereich, 12.000, knapp 360 Zähler. Und wenn wir da drüber fliegen, schön die Wiederaufnahme der Bewegung nach oben hier. Und wenn wir uns das dann auf Tagesbasis mal anschauen wollen, dann geht es wirklich schön nach oben rein. Und dann ist das Potenzial erst einmal locker bei 13.000 Zählern, was wir hier auf der Uhr haben. Wie gesagt, wenn wir durchaus schön oben rausnehmen. Wichtig ist, an dieser Stelle jetzt zu sehen, wir müssen hier diesen Verkaufsbereich rausnehmen bei 12.360 Zählern. Das wäre sehr, sehr positiv. Sollten wir hier oben abprallen und der Markt die guten Nachrichten über die FED und die US-Konjunkturprogramme doch wieder abverkaufen, dann sieht es doch ein bisschen so aus, als wenn der Markt erst einmal wirklich durchatmen will und nach unten gehen will. Wie schon gesagt, wir haben am Freitag auch großen Verfall. Da kann es immer ein bisschen holprig werden. Das muss man einfach alles ein bisschen mit dem Blick haben. Deswegen sind diese Marker, die wir hier drin haben, sehr, sehr wichtig. Aber im kurzfristigen Bild, gerade auch jetzt für die Handelseröffnung, die wir haben, da wird es wirklich ganz, ganz wichtig, was macht der Markt hier unten am Support, die 12.100 und hier das Ausbruchslevel, genau mal genannt, 12.173 Zähler. Was passiert? Der nimmt das an und springt direkt wieder hoch. Das wäre das bullische Zeichen. Bricht er durch und läuft unten rein. Ja, dann haben wir die Anlaufbereiche auf der Unterseite. Und da müssen wir uns im Kurzfristbereich mal diese lange Latte hier angucken. Da gehen wir mal kurz in den 5-Minuten-Bereich rein und da sehen wir nämlich, wo die Anlaufmarker sind. Also wenn wir tatsächlich hier unten durchbrechen unter diesen Support-Bereich, dann haben wir für die Kleinen den nächsten Anlaufpunkt oder den nächsten Anlaufpunkt. Wartet mal, ich muss mal das kurz runterziehen hier. Oder ich, nein, falsch. Das sind natürlich die falschen Linien hier. Die brauchen wir nicht in rot. Das sind alte Linien, sondern was wir hier brauchen, wäre das untergeordnete. Also hier, schaut mal hier ungefähr dieser Bereich hier um die 12.100 Punkte Marke. Hier das Kauflevel, hier das Support-Level. Das wäre mal ein wichtiger Anlaufpunkt. Ein weiterer Anlaufpunkt wäre dann hier unten dieser Bereich um die knapp 12.000 Punkte Marke. Da sehen wir auch, dass diese Bereiche immer wieder gesucht werden. Und das sind schöne Anlaufpunkte, wenn es tatsächlich ein Stückchen tiefer in die Korrektur zum Vortrag geht, wo wir möglicherweise Pivot-Punkte haben. Und diese Pivot-Punkte sollte der Markt entsprechend auch mit Beachtung honorieren. Wenn der Markt diese Punkte nicht mit Beachtung in Form von Kauf, ja sozusagen in den Märkten analysiert, beziehungsweise in den Märkten beachtet, ist das auch ein Zeichen. Also wenn hier dann plötzlich keine Käufer mal reinkommen, dann ist das eher ein Schwächezeichen. Und das wäre dann eher die Strategie, die Sache hier für den Tag nach unten ranzugehen. Und das wird sich entscheiden hier an dieser Marke bei 12.100 und ungefähr 73 Zählern mit Blick in den DAX. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in die Fragefelder rein hier an dieser Stelle. Leute, Facebook hat keine Fragen. Auf GoToWebinar bekomme ich noch eine Frage. Den muss ich mir mal kurz durchlesen. Jawohl. Also hier gibt es das Thema mit dem Wall Street Traders Lunch. Ich mache ja nicht nur Währungstrading, das was ich hier morgens immer mache, sondern auch ein bisschen Aktientrading. Und da mache ich immer dienstags einen sogenannten Wall Street Traders Lunch, wo ich so ein bisschen die US-Vorbereitung auch sehe, beziehungsweise zeige. Da gucke ich mir immer die großen Indizes an und auch einige interessante Einzelwerte. Da wurde ich gerade gefragt, ob das noch valide ist. Na klar, das mache ich jeden Dienstag in der Regel um 12.30 Uhr. Also das passt soweit und das Ganze ist auch wirklich alles noch valide. Gut, das dazu. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Empfehlen Sie mich weiter und ich sage tschüss bis morgen 8.30 Uhr zum Blick in die Märkte. Bis dahin allen gute Trades. Ich freue mich drauf. Ciao.